Vorjahressieger Gustav Rau-Westbevern ließ sich auch in diesem Jahr den Sieg im Preis um die Wanderstandarte nicht nehmen. Im Springen rettete die Mannschaft um Elke Stegemann den Vorsprung aus Dressur und Kür ins Ziel. Oberbürgermeister Lewe und der Vorstand des Reiterverbandes gratulierte den Siegern. Platz 2 und 3 sicherten sich die Reiter aus Nienberge und Saarbeck. Und noch ein weiterer Preis ging nach Saarbeck. Marc Zahlmann, Marketingleiter der Westfälischen Nachrichten, überreichte den Saarbeckern den Sympathiepreis. Die WN-Leser hatten abgestimmt und die Mannschaft aus Saarbeck klar auf Platz 1 gewählt. Die Siegerin der Einzelwertung, Tanja Alfas aus Westbevern, erhielt außerdem den Sonderpreis der Westfälischen Nachrichten.